15 Fragen mit EXOV. Was war dein Nickname in deinem Kind? Humat oder Humati. Wer vermisst du jetzt? Mein Hund. Welchen Konzert hast du in deinem Leben gewonnen? Ich glaube, ich habe nie einen Konzert in meinem Leben gewonnen. Das ist nicht wahr. Ich habe eine der größten Hip-Hop-Kompetitionen gewonnen, als ich 14 war. Kannst du deine Hälfte curl? Kannst du was? Nein. Nein. Was ist der schlimmste Song, der du in deinem Leben geschrieben hast? Oh, ich habe so viele schlechte Songs geschrieben. Es ist eine Song, die ich nicht erwähnt werde, weil die Leute googeln. Was ist dein Bestes Körper und warum? Meine Arme, weil ich eine sehr gute Definition habe. Es ist die einzige Partie, die es, wie es funktioniert. Was ist dein Bestes Körper? Ja. Was ist dein Bestes Körper? 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 ua. Was steht dein Bestes Körper? И insomma Ну Birkezyk wieder vorsteht, Der wurde." und sie wussten, dass es unsere eigene Fault war, es war nur die Smokung auf der Ebene. Wir kamen zurück und haben die Show gewonnen und es war die beste Nacht. Was ist die letzte Bildung, die du mit deinem Smartphone aufgenommen hast? Eine Bildung von Marcel, hier, mit einem kubanen Kuban. Perfekt, vielen Dank. Vielen Dank.